Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Weiter gehen bitte, bitte weiter gehen. Ich weiß. Hi. Hallo. Hallo. Du bist einfach ins Wasser gesprungen, es war mega nice, Fab. Es ist einfach runtergelaufen. Nice. Das war eine geile Runde, ne? Gehen, Alter. War nicht super. Ey, kannst du mal die Palette hier stehen lassen, Digga? Action, kriegen und mich. Was war das? Burger hing unten am Heli dran, Alter. Ist runtergefallen, auf dem Container aufgekommen und mit dem Kopf nochmal voll gegen das Gelände gefallen und ins Wasser gefallen, Alter. Ey, das Arschloch, verpiss dich. Bitte? Oh, ruhig, Alter. Immer bitte ruhig, Digga. Vielleicht getrunken, Baby. Baby. Da sind so geile Waffen da drin, ey. Oh, schon wieder Traitor. Na, wer hat denn da gerade so gut? Ich bin Detectives. Ja, hast du schon gedacht. Hast du Bock auf einen guten Run, oder was? Baby, du kleine Schusscheide. Ich glaube, dir absolut kein Wort. Nein, natürlich nicht. Ich bin jetzt dein Freund. Ja, Max. Achos? Alles gut? Alles gut, Max? Oh, was habe ich hier? Geh mal hoch. Lass mal gucken, was da so los ist. Darf ich dich erschießen, Tau? Hier ist noch jemand, komm her, komm her. Nein, aber ich darf dich erschießen, oder? Hier so, hier, da so. Darf ich auch so? Ja, dann bringen wir uns ja mal an einem Traitor-Kollegen. Nur so. Au! Loil, loil, oben, oben beim Helikopter, oben, oben beim Helikopter. Bergy ist es, Bergy ist es, Bergy ist es, Bergy ist es, schief, 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 schief. Ist irgendwer beim Helikopter oben, ist irgendwer beim Helikopter oben? Irgendwer war Traitor, oder? Ist er beim Helikopter oben? Nein, der war in der Sankt. Scheiße! Alter, was passiert? Warst du kein Traitor, Max? Das war eine schnelle Runde. Was war das denn für ein Shootdown hier von uns gerade? Ja, ich dachte, du warst Traitor und wolltest mich verarschen. Ich mache umgekehrte Psychology, Alter. Ja, muss ich aber echt sagen, du hast mich gerade echt geschickt umgebracht, Taurus. Oh ja. Wie hat Taurus dich umgebracht? Wir haben uns gegenseitig gerade in die Decke geschossen und haben uns Drohungen zugerufen, da hat er mich plötzlich wirklich erschossen. Okay. So hast du es, Traitor. Ja, war auf jeden Fall eine geile Traitor-Runde, zwei Sekunden lang, nice. Nach zehn Runden, wo ich wieder Traitor bin, danke schön, auf jeden Fall, nice. Was ist das für eine komische Waffe hier eigentlich, die mit diesem Error dran? Error? Das ist die beste Waffe. Ah, die Railger. Die musste links gedrückt sein, natürlich. Einfach durchpressen, links. Alter, was ist das für eine Waffe, Alter? Was ist denn hier? Ja, aber schreckt, Digga. Links durchpressen. Wollt ihr noch stattdessen? Alles ruhig. Plötzlich, kaum war Preparing vorbei, alle ruhig. Alle Leute erzählen doch keinen. Was bedeutet das denn, wenn der Name ruht? Okay, ich bin Detective und ihr kommen jetzt bitte einmal alle kurz zum Helikopter. Ich kill jeden, der nicht in einer Minute oben am Helikopter ist. Ich komme. Spaß. Spaß. Wo ist der Heli denn? Spaß. Jetzt kommen wir nach den Heli geklaut. Ich spreng durch, Olli gleich. Der Heli fliegt gerade. Der Heli fliegt? Okay, das ist nicht so gut. Meinst in Abgang. Thomas, was war das für eine Nummer? Hier bin ich. Ich habe gerade Waffen weg. Oh, da kommt der Heli. Ich dachte, ich wäre da schossen, wenn ich hier nicht hätte. So, wir warten jetzt alle hier. Aber der Heli braucht einen flammenden Empfang. Ja, stellt euch bitte hier hin, sonst werden wir gestern. Vorsicht. Granate, Granate, Granate. Darf ich denn Suizid bitte? Granate. Wer schießt da? Au. Oh, oh, oh. Oh, oh. Helfi, komm her. Du wirst sonst plattgeweizt von dem Heli. Komm her. Hallo. Wer ist denn da drin? Wer ist denn da drin? Aber der landet jetzt in Brand. Ja, das ist nicht so schlimm. Wer ist denn da drin? Wer ist denn da drin? Du wirst gleich schärfen, wenn da drin ist, wenn da nichts mehr sagt. Du wirst denn alle hier nicht, dass... Komm bitte alle hoch jetzt. Komm bitte alle hoch jetzt. Ich möchte da gerne rein. Ich soll doch nicht geschossen. Aua. Aua. Was? Pebe? Pebe? Und Taurus ist runtergefallen. Ich bin hier. Ich habe mir wehgetan. Ich glaube, Pebe ist ein Fehler. Aber wie kommen die jetzt hier weg? Wer schießt da? Ich habe gerade mir den Weg freigeschossen durch Fenster. Ich bin neben dir. Du weißt, dass du hier bin nicht schießt. Aber was ist denn gerade mit Takeshi passiert? Ich weiß, dass ich mit Takeshi schreie, was mit Takeshi passiert ist. Das hat sich ziemlich fake angehört. Ja, ich sterb gleich. Das war, ich wollte gerade sagen, wir haben ein bisschen Takeshi's Castle. Okay, so Leute, komm mal her jetzt. Komm mal bitte alle her. Wo ist der? Komm mal her jetzt. Na ja. Ja, ja, was war das? Wenn die Nummer musst du sterben, Alter. Was war das? Was war das? Ich bin das. Ist das eine Traitorwaffe? Warum? Ah, Harrison Ford. Das war jetzt aber nicht so. Ach, scheiße, Alter. Ich habe dir 5000 Mal den Kopf geschossen. Ja, der Auftritt war jetzt nicht so geil. Hauptbesser ist von dir erwartet. Fick dich. A little bit better. Ja, Leute. Machen wir ihn jetzt. Fephi? Wer ist denn noch am Leben? Fephi, würdest du darauf schwören, dass du kein Traitor bist? Ich würde darauf schwören. Oh, Alter. Hilfe. Wer ist das? Fep, bist du da? Fep, Fep ist es. Fep ist es. Ja, schieß ihn doch. Gar nicht, ich habe keine Waffe. Fep ist es. Fep ist es. Ich hatte die Goldene, die ich glaube zweimal geschossen habe, war es da leer und ich habe Fep nicht getroffen. Ich dachte, die Runde ist schon vorbei. Du kannst auch C, auch geilere Waffen als Traitor kaufen, nicht diese scheiß Uzi. Hallo, Fephi. Hallo. Ich dachte, die Runde ist schon vorbei. Du kannst doch gesilenced zusammen kaufen, Fep. Das bringt voll viel. Gesilenced das? Ja, also schalte ein paar. Als Berge Silender dachte ich, die Runde ist vorbei. Silenzium. Silenzium. Oh nein, ich bin runtergefallen. Lebe ich noch? Ja, ich lebe noch. Wir haben Wasser, ne? Ja. Das ist den Raging Bull, Digga. Was ist das für eine krasse Waffe? Der muss kurz schießen. Bam, bam, Digga. Bam, bam. Das muss nicht dran klatschen, Alter. Bam, bam. Lecker, lecker, lecker. Klatsche, ja. Klatsche, ja. Oh, ja. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho. Digger, 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 digger. I'm detective. The traitors have been selected. I am a traitor and I'm presented by Michael Bay in HD and Bobby Digital. Ich nicht. Hey. Hallo. Ich habe ein bisschen Angst vor dir, Tucker, wenn ich hier eigentlich bin. Ja, du hast doch gerade gesagt, dass du Traitor bist, ne? Wer ist detective? Ich, ich, ich. Oh, das war knapp, Alter. Oh, oh, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Das war echt nicht ab sich. Nein, nein, nein. Das war echt nicht ab sich, jetzt ohne Scheiß. Hier, du kannst meine Waffe haben. Mag MagSame! Hä? Ist er gar nicht runtergesprungen? Hey, Taka ist einfach runtergesprungen. Nee, Taka ist Traitor. Der ist runtergesprungen und tut jetzt auch zuerst auf. Das war aber sehr brief gefaked. Ja, das war dann nur ein Spaß. Ja, ja, ja. Hast du, du hast den wirklich nicht runtergestopft? Ey. Ey. Bergy war's. Hab's Gespräch. Ich habe ihn. Bergy. Bergy und Selfie. Bergy? Bergy, hallo, wo bist du? Oh, scheiße. Ich komme nicht aus dem Wasser. Ich bin überhaupt nicht drauf. So was machst du. Ich komme nicht aus dem Wasser raus. Ich bin hier Fischfutter. Das ist schlecht. Ich komme nicht hoch. Zum Glück sage ich das nicht. Ein Traitor weiß das dann noch nicht, dass er mich einfach erschießen kann. Weil ich hier an der Leiter bin und nichts machen kann. Fack doch die Waffe weg. Fack doch die Waffe weg. Ja, stimmt. Weil ich dann mehr Kraft habe, oder wie? Ja. Bist du? Ich bin zu dick. Ich komme hier nicht rein. Ich kann... Man kann hier nicht rein. Ich bleib jetzt hier. Okay. Das ist in Ordnung. Da reißen. Nein. Nein. Mann, taus aus. Taus aus. Wollen wir zum Helikopter treffen? Fett, warum sagst du denn noch nicht mal was? Was soll ich denn sagen? Warum schießt du auf mich? Ja, warum sagst du nicht mal, dass du vielleicht innocent bist oder so? Ich bin innocent? Ja, gut. Nein. 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 Boah. O, er hat's verkackt. Er hat's verkackt. Er hat's verkackt. Aber ich war gar nicht schmüßen durch die verkackte Map. Du, kleines Arschloch hast es verkackt. Okay Was wollt ihr von mir, Alter? Das fand ich cool Meine Katze Ja, das irritiert mich, Alter Ja gut, Leute Können wir es irgendwie vielleicht doch noch anders klären Ging das? Ich bin überhaupt nicht drauf Ich würde jetzt einfach mal einen Tradershop Kannibalismus kaufen Und dann werfen wir Waffen weg Und treffen uns einfach mal so Okay Makes sense, seems legit Taka, dein scheiß Charakter schwimmt einfach durch die komplette Map, Alter Das sieht so kacke aus Seit wann können Leichen reden? Ja, sorry Ist Taka echt tot? Heißt das das? Nein, ich lebe noch Lebt Taurus noch? Taurus? Taurus? Kann sein Erlebt sie noch oder nicht? Ja, was ist das für eine Frage, wenn ich rede? Ja, weiß ich doch nicht Vielleicht bist du wie Max, der einfach immer redet Ich bin gerade ein bisschen confused, muss ich sagen Auch confused Ich habe Berge geteilt Oh Gott Ich bin tot Longer, dicker Pavian Arsch 32 Jahre lang 1, 2, 3 Longer, dicker Pavian Arsch Longer, dicker Pavian Arsch Ja, das ist Jetzt hat er nicht Longer, dicker Pavian Arsch Wo ist er? Was sind wir das, ne? Wo ist er, Taurus? Machst du denn da hinten? LK-E-Schnie Oh Hä, was passiert? Ich wusste erst mal, was da so schnell ist Was? Der Trunk Schade, Alter Er hat mich noch so weggerackt, Alter Die Runde Naja, das ist ein Scheiß, dicker Naja, das ist ein Scheiß Na klar Ich habe richtig gut geholfen Diese Runde Als Trailer Ja, das hast du echt gut gemacht Danke, Selfie Ja, habe ich gerne gemacht Kein Problem So, Kinas Ja Vielen Dank Ja, such doch die anderen Was soll ich sagen? Von Eis Dankeschön Danke Drückt mir die Daumen Tschüss Tschüss Bis bald, Tschüss Tschüss Ich liebe euch alle Tschüss Hat mir gefallen Ja, fand ich auch Hat richtig Spaß gemacht Finde ich, finde ich nett